hallo und herzlich willkommen willkommen zurück zu let's play minecraft wir haben aufgehört hier zu spielen beim letzten mal ist schon ein bisschen länger her wo wir wir sind hier die spinnenparade oder was wir haben ja aufgehört zu spielen ich hatte auch eine längere ich hatte eine längere aufnahmepause unser garten stimmt genau und die kühe warum sind die kühe denn da reingehen spinnen greifen angeblich ja nicht an habe ich mir sagen lassen irgendwie sowieso ich habe keine ahnung ich weiß nicht auf jeden fall was wollte ich gesagt haben irgendwas wo ist denn hier die tür ich habe hier eine tür eingebaut ah hier geh mal weg ja meh tu mich auf warum geht denn die nicht da rein das gibt es doch jeder rein so kann das sein dass es vielleicht deswegen daran lief ich die blöcke eben gebaut habe ich werde die mal weg machen warte mal so werden mal hier diese blöcke weg zaubern vielleicht liegt es auch daran ich schau mal dass sie vielleicht deswegen da rein springen und für die leute die sich jetzt auf youtube fragen warum steht da oben in der ecke live lp ja ich bin gerade live auf twitch das heißt ich habe auch gerade zuschauer die gerade live im let's play dabei sind ich habe das nicht angekündigt habe ich ja gesagt also wenn du mal dabei sein willst dann schalte mal ein so zwischendurch auf meinem channel das kann mal sein dass ich dann zwischendurch mal so ein live let's play mache so wo was wollen wir denn tun werden die buch hatten wir dahinten schon ausgeräubert wir haben uns ja ist doch gut man wir wollten hatten wir nicht vor unseren unser haus weiterzubauen oder ach nee wir wollten glaube ich stimmt wollen die hülle noch weiter erforschen so jetzt muss ich mal gucken ich hatte das ja schon so ein bisschen angefangen zu sortieren so da haben wir schon mal die blöcke gab ach genau wir wollten wir wollten holz hacken weil wir nichts mehr haben deswegen ich entsinne mich als wäre es gestern gewesen so das können wir erstmal so gelassen habe ich ein bisschen sortiert genau wir gehen jetzt erstmal ein bisschen ein bisschen holz hacken so und ich finde das macht schon ordentlich was her hier so unsere farm was macht das das schaf denn da oben mann geht da runter ehrlich dämliches schaf bestimmt schon das schaf so da hinten sich bäume dann gehen wir mal hin ganz schnell und hurtig zu essen haben wir genug mit dabei wir haben ein bisschen rüstung ich bin ja froh dass wir zivilisation gefunden haben hey da sind bäume und wir müssen natürlich auch noch ein kleiner see ein kleiner see ein kleiner see ein kleiner see so wir müssen hoch natürlich dass wir vielleicht mal müssen wir mal schauen dass wir mit dem holz vielleicht noch ein ich hatte euch ja glaube ich auch mal gefragt was ihr davon haltet was ihr davon haltet ob wir vielleicht zwischendurch mal in dieser welt auch mal in den creative modus wechseln und ob wir da vielleicht ein bisschen bessere möglichkeiten haben um ein bisschen schneller voranzukommen ist ja dann eure sache das bleibt ja euch überlassen ob ihr das so sehen wollt weil das erspart unheimlich zeit im bau so holz 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 das müssen wir leider machen gottes namen ja jetzt gucke ich schon wieder in die playstation kamera ich muss mich erstmal so ein bisschen ich bin verwirrt wenn der stream läuft ich hoffe dass habe ich jetzt eigentlich auf share taste gedrückt ich weiß das gar nicht ich weiß gar nicht ob ich auf share taste gedrückt habe ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob die aufnahme läuft man das ist so ärgerlich das ist so frustrierend dass man da so ein bisschen gebunden ist jetzt über die playstation aber naja gut wie gesagt dies jahr capture karte ist auf jeden fall fest eingeplant weiß nur noch nicht wann muss ich mal schauen will ich unbedingt haben so ja sehr schön jede menge holz bierkenholz normalerweise müsste ich jetzt anfangen zu niesen was hatten wir denn noch vor gehabt wir wollen doch wir wollen ich muss mal gucken ey wir wollen doch glaube ich in die in die höhle wollten wir glaube ich rein ich kann mich ich kann mich im sinn dass wir da weiter uns umsehen wollten weil da waren glaube ich noch so viele räume gewesen die wir interessant fanden so sehr schön holz ist immer gut mein gott ich glaube es wird nacht kann das sein oder ja die sonne geht so ein bisschen unter so wir haben auch nicht mehr wir haben glaube ich nur noch eine axt dabei aber eine eine steinachs glaube ich oder eine metallachs das heißt wir ich bin schon wieder so am drehen das heißt wir wir haben da eigentlich noch sind eigentlich noch relativ gut ausgerüstet was das angeht so so damit wäre die holzachs schon mal weg eine eisenachs sogar guck an da geht da noch viel schneller viel schneller wäre da guck mal zack 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 wunderbar so zack und zack äh ja es wird nacht und wir sollten hier schleunigst verschwinden ich habe keine lust jetzt hier irgendwie zu kennen weil mein holzschwert ich weiß gar nicht wo wir äh 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 hallo wo geht's raus müssen wir hier lang oder kann das sein ich höre schon so ein Skelett so ein Mist aber auch la 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 ihr könnt mir gar nichts ihr könnt mir gar nichts wie gut dass wir in der Nähe vom Dorf sind dass wir die Zivilisation gefunden haben somit äh äh der verwirft unheimlich schon Sachen gehen es ist ich hoffe dass die Facecam gut aufnimmt ich hoffe dass sonst habe ich echt ein Problem das Aufnahmeprogramm ist aber manchmal auch am Spinnen seit letzter Zeit geht alles irgendwie keine Ahnung das ganze Setup und so so mal schlafen gehen das ganze Setup so von den Aufnahmesachen momentan spinnt völlig rum ich weiß nicht warum das keine Ahnung ach wir haben ja noch ein Schwert guck mal an wir haben noch das kann ich auch im Ofen schmeißen ne schon einmal dabei sind mal hier so so ich glaube das hatte hier ne genau Sitzling und ich hatte glaube ich die die Kürbis Dinger verkehrt eingepflanzt das habe ich letztes im Stream erfahren von euch dass die glaube ich mehr Platz brauchen wenn ich das richtig in Erinnerung habe huch hallo wo war die Tür ich finde meine eigene Tür nicht mehr im Garten ist denn sowas möglich hallo so ist nur schon und die 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 vielleicht wachsen so ein bisschen die wachsen noch die 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 das war es mal so so schließen natürlich gehen wir jetzt erstmal noch weiter 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 wir gehen noch zum walter wir gehen unheimlich noch zum walter der 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 schlimme walter der den kennst du auch den walter den walter den walter weil es im wald geschah so du musst im Ofen fertig sein das essen ne oder ja sehr schön ich bin da ein bisschen ich dachte ich gebe ein paar punkte so viele Leute haben wir gar nicht gesammelt diese Bugs komisch naja so uah creeper was macht denn hier draußen hallo der sollte doch brennen oder warum brennt der nicht warum brennt warum brennt der nicht hallo äh na 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 das wäre mies wenn der wund bei uns direkt am haus explodiert komm mal her komm mal her komm komm her komm 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 mit komm mit explodier mal bitte hier an der wand hier an dem ja komm ich will sehen dass du die schafe zum explodieren bringst komm her ja so vorbei mit quatsch so ja minecraft genau ähm so ach ich glaube die sind auch Öfen hab ich noch gar nicht gesehen im Dorf guck mal an oh und sogar ein Grill haben die ich werde bekloppt aber gar nicht so ohne kiste mich sieht keiner okay ich werde die mal beklauen pssch lalalalalala eigenheim in unseren eigenen vier wänden von äh bausparen hier auf diese steine können sie bauen auf diese blöcke können sie bauen wird das wahrscheinlich in minecraft reisen so hi shiii und willkommen ja zum live lp schön dass ihr da seid alle wie gesagt ich konzentriere mich auch ein bisschen mehr auf die youtuber da oben da da ist auch eine kamera die liegt gerade auf und natürlich das lp wird aufgenommen so hm 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 ich hoffe dass die aufnahme läuft das kann aber auch mal passieren dass ich das vergesse das ist manchmal ganz schlimm ist das dann hab ich dann die facecam gestartet und urplötzlich auf einmal ich denk so mein Gott die die 15 minuten die müssen doch schon lange rum sein und die nächsten 15 minuten die müssen doch schon längst laufen aber dann guck ich irgendwann ja dann ist Ende wenn sie weg ich hoffe dass es mit der aufnahme klappt ich muss mal gucken ist das eine neue map das ist die die das ist die äh nein das ist keine neue map das ist die aus dem let's play wie gesagt ich mache ja gerade ein live let's play und da dürfte mir nicht böse sein wenn ich mal vielleicht nicht auf kommentare eingehe oder so weil ich gerade da mit den youtuberen gerade am reden bin und nicht immer in die kamera da oben gucke in die playstation wie gesagt live let's play war auch kein war jetzt keine ähm ähm ja war jetzt nicht irgendwie geplant sondern war einfach spontan ich werde diese diese live let's play spontan machen wenn das klappt das ist heute erstmal so der erste test ja uh so viele bäume ähm mir geht's gut so la 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 ok da oben komme ich nicht dran da komme ich noch dran da komme ich noch dran ok sehr schön so viele bäume ich hätte mich gerade schon beinahe schon wieder verlaufen so jetzt müsste normalerweise wir sind jetzt glaube ich bei circa uah bei circa 13 minuten wenn ich das richtig sehe dann müsste ja normalerweise in zwei minuten eigentlich eingeblendet werden ja video gespeichert und im hintergrund müssten dann schon die nächsten 15 minuten laufen wir werden es sehen wir werden es erfahren ja wie gesagt für die 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 auf youtube zuschauen und wundern sich was da oben normalerweise ich glaube ich glaube hier so oben in der ecke müsste das ungefähr sein da müsste müsste ich glaube ich da werde ich eventuell werde ich da so ein schildchen hin machen live lp damit man auch weiß dass das vom stream ist so und für die leute im stream wie gesagt die soundqualität ist deswegen anders falls viele fragen warum ist die anders weil das über die playstation kamera gerade läuft der der mikrofon sound und ich halte das mikrofon zum let's playen am rechner angeschlossen habe so ich hoffe ich habe ja so ein bisschen ein bisschen holz ähm aber ich wollte ein bisschen ein bisschen holz bunkern was wir haben haben wir da kann man ja nie genug haben von dem holz und dann soll würde ich gerne mit euch nochmal zusammen würde ich gerne nochmal in die höhle gehen weil da waren ja noch einige sachen die wir noch untersuchen möchten oder ich zumindest noch oder runter will verhungern wir wahrscheinlich nicht weil wir genug zu essen haben sterben wäre mies weil bis wir dann wieder den weg zurück finden die ich bin ja ich bin ja sowieso so eine ah hier sind die kürbisse ne da kann man noch wie wäre da nochmal kürbiskernsuppe draus ne kürbissuppe draus machen aus den dingern wie war das nochmal die konnte man noch so abbauen ne genau glaube ich doch auch oder kürbiskuchen oder irgendwie sowas war das konnte man daraus machen muss ich gleich nochmal muss ich mich gleich nochmal intellektuell bilden muss ich gleich nochmal in den büchern lesen von minecraft ich glaube mittlerweile gibt es auch schon äh so viele seiten über minecraft was man alles machen kann und also das ist so komplex ist das spiel das ist ja schon der wahnsinn ne für so einen indie titel eigentlich total simpel aber irgendwie schon sehr komplex blub 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 ah videoclip gespeichert das ist super so das heißt also äh im hintergrund laufen jetzt die nächsten 15 minuten und ähm das heißt für euch im stream natürlich ihr werdet dann auch das ende mal mitkriegen wie ich das immer mache und und was ich dann in der zwischenzeit mache du bei youtube wirst dann wahrscheinlich dann das ende sehen und dann wird es für dich zu ende sein kannst aber dann die nächste folge gucken und ähm ja wenn du auch mal dabei sein willst wie gesagt einfach mal zwischendurch mal reinschauen auf mein stream so weil das ist so spontane sachen die werde ich vielleicht auch mal in der woche machen und nicht nur am wochenende am wochenende ist ja immer nur die lpls die let's play live show so ich hoffe nicht dass ich mich jetzt hier verlaufe ich bin die ganze zeit hier durch den wald am tingeln tingelingeling tingelingeling hier kommt der eiermann so ich wollte mich erst verkleiden weil ja karneval ist aber ich bin nicht so der karneval fan muss ich sagen das ist so nicht meine welt früher bin ich gerne auf umzüge gegangen so auch als 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 kröte und als jetzt habe ich mich auch gerne mal verkleidet aber jetzt so das ist nicht so auch wenn viele schwärmen davon und sagen boah geil der muss unbedingt mal erlebt haben köln oder düsseldorf ja gut warum nicht ne wenn mich da mal einer vielleicht einleger sagt komm geh mal mit würde ich bestimmt nicht nein sagen äh was war das huch jetzt ist auch noch eben oh das gibt es gar nicht jetzt ist im stream im stream ist jetzt sogar die playstation kamera runtergefallen was noch nie passiert ist noch nie never never ist das passiert das gibt es doch gar nicht huch hallo never ist das passiert ich weiß gar nicht was los ist in der letzten zeit bin ich irgendwie bei der technik vom pech verfolgt ich habe keine ahnung warum momentan ist es echt schlimm also die aufnahmeprogramme laufen nicht huch hallo die aufnahmeprogramme laufen gibt es doch gar nicht aufnahmeprogramme laufen nicht und 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 äh so wie ich es mir vorstelle funktioniert es manchmal gar nicht aber das ist manchmal echt schlimm also in der letzten zeit ist echt irgendwie ein technikabfack so und ich glaube es wird dunkel und ich weiß gar nicht wo ich bin ich habe mir auch noch keine ich depp habe mir noch keine karte gebaut ich weiß auch gar nicht wie das geht so huch hallo er wollte sich als v fähig als dr shivago verkleiden ja das stimmt äh oh gott oh gott wo ist das dorf ich werde das dorf nie wieder finden oder doch da oh gott sei dank bin ich nicht so weit weg werde den bomb nochmal eben mitnehmen auf dem weg oh ok damit war es das auch mit der achs gewesen und nein nein hier ist das dorf gar nicht nein nein wo sind wir mist wo sind wir ich habe mich verlaufen nein mist wo ist das dorf ich wusste dass das passiert ich wusste es ich wusste dass das irgendwann passiert ich werde dieses dorf nie wieder finden und wir haben so einen schönen garten nein nein wie komme ich hier raus oh gott und jetzt kommt gleich oh es wird nacht ich bin hier mitten im wald das gibt es doch nicht oh gott man es könnte sein dass es in die richtung ist ich bin mir da aber gar nicht so boah ist das dunkel hallo 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 ich höre hunde ich äh ich schaue mal von hier oben ob ich was sehe oh gott ich werde das dorf nie wieder finden das glaube ich jetzt nicht ne oder ich habe mich doch tatsächlich verlaufen oh gott nein und wir haben so ein schönes haus gebaut und unser schöner garten ich will nicht eigentlich wollte ich mich daran orientieren wo die wo die wo die sonne untergeht weil da glaube ich in die richtung sollen wir eigentlich man man boah ich werde es nie wieder finden da ist eine spinne da ist der dschungel aua alter und wir haben kohldampf so ein mist aber auch wir werden es nie wieder finden das ist so ärgerlich jetzt gerade verdammt mist aber auch ach man warte mal das kenne ich oder das sieht manchmal alles so gleich aus das ist das schlimme daran warte mal ich glaube ich verlaufe mich hier noch mehr als wie als wie jetzt gerade schon äh ich habe ein Holz ich habe ein Eisenschwert ich verbrauche aber erstmal die Schwerter die ich vorher schon gebaut hatte deswegen verbrauche ich deswegen habe ich ein Holzschwert man konnte auch blocken ne ich glaube so stimmt so konnte man blocken das gibt es doch nicht jetzt verlaufe ich mich hier oh ne man da hinten ja ja Zivilisation ich gehe nie wieder von zuhause weg nie wieder nie wieder wie soll das mit mir nur sein wenn ich irgendwo anders bin zu besuch bei jemanden ich glaube ich verlaufe mich da auch ja ja geil ich habe es echt gedacht wir werden sterben bin ich ganz ehrlich verdammt man so ne ich hatte am Anfang viele Holzschwerter gehabt und anstatt die jetzt irgendwo in der Kiste zu bunkern diese Holzschwerter verbrauche ich natürlich auch erstmal die ganzen die ganzen Schwerter und 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 Äxte die aus Holz bestehen weil ist ja Verschwendung oder beziehungsweise ist ja nur nimmt ja nur Platz weg wenn man die einfach in der Kiste bunkert obwohl die ja noch was können ne äh bitte was meine ich das nur oder ist die Spinne da oben drauf ich werde da gleich mal gucken gehen ich gehe erstmal schlafen warte mal aber kann nicht sein da oben haben wir das indirekte Licht kannst nicht nur dran im Sinn die komplette Wand die wir da gezogen haben das will ich jetzt wissen ist die da oben ach da also irgendwie fühlen die sich irgendwie pudelwohl bei uns auf dem Dach ich weiß nicht warum ähm so warte mal jetzt muss ich mal kurz gucken ich glaube hier war die Kiste hier muss ich noch eine andere Kiste hinbauen für andere das können wir mal eben machen warte mal da brauche ich für die Kiste brauche ich äh 3,4,5,6,7,8 genau so eine Kiste so ne Quatsch zwei Kisten ich will zwei aber ich brauche mal zwei um die Länge hin zu bekommen so sehr schön dann können wir nämlich hier auch anfangen erstmal so richtig zu sortieren mit mit Hölzern und sowas alles wo dann nur zum Beispiel Holz und sowas reinkommt so lalalalala ich weiß grad nicht so spannend aber müssen wir ja machen weil dann haben wir eine Reserve das ist gar nicht so schlimm weil Reserve ist immer gut ich weiß gar nicht wofür so viel Erde gut ist guck mal wir haben schon boah geil wir haben den Dorfbewohnern den, 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 den Einwohnerchen den Einwohnerchen den haben wir ja äh Gold geklaut und Eisenbarren wir hatten zwar schon wir hatten zwar noch welche aber find ich gut bin ich ein Freund von bin ich ein Freund von find ich gut so warte mal wo tun wir denn die das tun wir mal hier rein die, die Rüstung dann haben wir die nochmal und hier haben wir noch Äxte genau dann werde ich nochmal die Äxte verbrauchen so mhm 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 das kommt wieder hier rein so und Birkensetzling haben wir auch gefunden ist super und ich habe ja die Diamant Pferdeausrüstung gefunden die haben wir boah war das nochmal war das in der Burg kann es sich noch entsinnen das ist auch schon wieder so lange her Wahnsinn was wir jetzt schon hier erlebt haben ist unglaublich so ähm ja ich würde sagen für die Folge war es das jetzt erstmal und ähm ja die Leute im Stream die werden jetzt erstmal sehen was so nebenbei passiert ah geil mit der Treppe äh ja was ich so mache wenn ich dann die Aufnahme beendet habe und ähm ja für dich äh wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder nochmals gut Ciao